Dein Name ist Ria, Utilie, Clementine, Cäsar, Alva. Kurz, Rocker. Kurz, genau. Rockers Leben ist anders. Darf ich euch meine Enkels auch so Rocker vorstellen? Hab was bei der ISS. Oh Gott, das ist grausam. Geschwiegersohn ist bei mir. Was redest du denn da? Hi, Papi. Hier ist es mit Oma. Die ist super. Kommen wir jetzt zur Platze 5B? Morgen. Nicht die Wollknollennummer. Na, erzähl uns was. Ich brauche mein Abi. Sonst kann ich meine Astronautenausbildung nicht fertig machen. Augenzeugen berichten von einem kleinen Mädchen, dem die 180 Passagiere ihr Leben zu verdanken haben. Hast du gar keine Angst? Würde das was bringen? Nein. Siehst du? Rocker zeigt allen... Ich bin Rocker. Wie heißt du? ...was wirklich wichtig ist. Kasper. Hey, hör auf damit! Hör zu, so geht das nicht. Wir brauchen einen Erziehungsberechtigten. Ich bin berechtigt, mich zu erziehen. Es gibt Gesetze, an die man sich halten muss. Ich bin sicher, du wirst dich in der Pflegefamilie wohlfühlen. Du kannst genauso bin ich dafür wie ich. Du verbringst wirklich nur Augenblick. Wer mich nicht kennt, hat was verpennt. Komm, ich zeig dir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so einem Mädchen wie Rocker begegnet. Rocker verändert die Welt. Demnächst im Kino. Komm, ich zeig dir meine Welt, wie sie mir gefällt, wie sie mir gefällt.